Willkommen liebe Freunde zu einer neuen Runde Star of the Old Republic. Wir spielen Kriegsgebiet an der Denova-Küste und Giftshot darf heute ran. Ich werde mich hinterm Baum verstecken mit dem Polo-Orto und dann gehen wir rein. Und dann schießen wir einfach mal drauf. Okay, einer von denen ist Tank. Wahrscheinlich ist der, der tankt. Schade, dass ich jetzt gerade kein Trauma oder so dabei habe. Da müssen jetzt gerade mal andere mit runter. Schaffen die das oder nicht? Das ist gerade die Frage, weil da kam ne Ink-Ansage, aber bis jetzt sieht das ganz gut aus. Vielleicht sind auch schon welche von uns da. Ne, wir gehen mal lieber mit. Schade. Nein, 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 nein. auch man nicht beschäftige die meine beide natürlich so viel zum thema vertrauen ins team setzen jetzt holen sie die mitte zurück ok das ist nur ein blitzhexer sehr gut und das ding ist jetzt auch clear dann gehen wir jetzt mit in die mitte sieht gut aus wir achten jetzt natürlich auch mehr auf die ansagen ich habe eine idee jetzt hoffe ich mal dass das immer noch 60 meter sind nee sind es nicht gut die müssen nur verteidigen das kriegen die hin dann gehen wir mit jetzt und unterstützen die da oh nein schau mal was hier ist jetzt sind es sogar drei die ich hier zähle ich zähle gerade definitiv drei verreckt an den giften stoßen wir sie weiter zurück gut süd sieht immer noch gut aus jetzt haben wir ein problem aber das können wir noch schaffen wobei das sind jetzt auch nur noch so ein paar leute um wobei die sind auch zu viel wir gehen lieber mal noch da mit hin ach nee ich gehe doch lieber mit zu süd nee wir müssen zu süd der ist auch heiler würde ich sehen würde ich jetzt sagen heißt sie haben da drüben auch ein heiler dass wir können hier in ruhe mit schaden anrichten aber jetzt scheint es da aus langsam knapp zu werden wir gehen lieber mit nach dahinten setzen wir mal schnell alles zurück ok machen wir den zuerst ich glaube wenn wir den erstmal weg haben dann ist Ruhe okay dann lassen wir das gift erstmal austicken und kümmern uns jetzt hier darum dass die stellung hier schön verteidigt bleibt mit females jetzt ich ich hier ich ich Okay, dann kümmern wir uns erst mit den anderen. Och Junge, bleibt doch süd! Oh Mann! Oh Mann! Mann, wir hatten da alles unter Kontrolle! Hört doch mal auf solche Kommandos, ey! Kotzt mich so an! Ich schreib dem vor allem noch, bleib bei süd! Oh nein, jetzt sind wir ja hier. Und bringen das Ding ins Ziel, hoffentlich. Keine Gifte wirken schneller als deine Heilung, mein Freund. So, jetzt müssen die nur noch bei Ost drüben verhindern, dass das Ding umkippt und dann haben wir es. Okay, intensives Match, definitiv von beiden Seiten mit dem besseren Ende für uns. Oh, sogar noch Top 3 DPS geworden. Nice, sehr schön. Gut, das war es jedenfalls für heute. Danke, dass ihr dabei wart, danke, dass ihr da zuhört. Der kleine Aufreger, weil Leute einfach auf die Kommandos nicht hören, musste einfach mal sein. Naja, gut. Wir haben es ja am Ende gerettet. Das war es für heute. Danke für dieses intensive Match und tschüss. Bis zum nächsten Mal.